Hallo, Willkommen am Düsseldorfer Flughafen. Herr Bliete und ich sind auf dem Weg zu unserer nächsten Reise. Und zwar geht es in die Kanische Republik nach Punta Cana und dann weiter in die Hauptstadt und so. Wir hatten auf jeden Fall gerade Priority Check-In und wir sind hier mit Eurowings. Die haben uns eingeladen, dass wir mit ihnen dort hinfliegen dürfen. Und das machen wir jetzt auch. Wir testen den Besttarif von Eurowings. Ich bin gespannt. Ich war noch nie quasi in so einer Klasse. Das hier ist der Besttarif quasi. Das sind die Plätze ganz vorne. Ich weiß nicht, wie viel Platz man hier hat. Das hier ist der Flughafen von Punta Cana. Doch nie so einen schönen Flughafen gesehen. Guten Morgen aus der Dominikanischen Republik. Wir sind angekommen. Weiter Stopp mit vollen Bäuchen ist der Botanische Garten. Das ist jetzt Gott sei Dank auch super schönes Wetter. Aber es ist nicht zu heiß, weil ein schöner Wind weht. Ich würde euch definitiv empfehlen, wenn ihr jemanden diese Balance mag, zwischen Entspannung und irgendwie Aktivität, beides zu verbinden von Punta Cana und Santo Domingo. Ich musste mich deswegen nicht hier mit der anderen Seite aus.